Anleihen für Gewinnen für den Privatanleger immer mehr an Bedeutung und dementsprechend möchten auch wir heute über das Thema Anleihen sprechen. Wir befinden uns auf der Invest, auf der großen Anlegermesse in Deutschland und bei mir ist Frank Benz, ein Stuttgarter Vermögensverwalter bei der Benz AG Partner für Vermögen. Schön, dass Sie ein paar Minuten Zeit haben für ein Gespräch. Warum sind Anleihen für den Privatanleger so wichtig? Also wir sind der Meinung und wir empfehlen jedem Anleger Anleihen mit ins Depot zu nehmen, damit er einfach eine Stabilisierung bekommt, sich nicht nur um Aktienmärkte kümmern muss und aufgrund der Zinszahlung, die regelmäßig erfolgen und der Kapitalrückzahlung auch eine Art Grundverzinsung hat und somit eine Stabilität im Depot einfach generieren kann. Und welche Anleihen haben Sie derzeit in den Depots Ihrer Anleger liegen? Also wir kaufen momentan ganz klassisch nur Unternehmensanleihen mit dem sogenannten Investment Grade, das heißt mit Kennzahlen, die für jeden Anleger nachvollziehbar und auch vor allem handelbar sind, ohne dass ein zu hohes Risiko eingeht. Allerdings muss man natürlich trotz allem sehr selektiv vorgehen und gewisse Ausschläge gegebenenfalls auch korrigieren, indem man nachkauft, indem man aber auch verkauft. Nun haben wir gesehen, viele Privatanleger haben griechische Anleihen ins Depot gelegt. Wie stehen Sie diesem Thema gegenüber? Also aus Vorsichtsgründen und aus rationalen Gründen, da wir die ganze Situation dergestalt so nicht einschätzen können, halten wir uns aus der Problematik oder der Thematik EU, EU-Rettungsschirm und die Krisenländer am Rande der EU, halten wir raus. Wir setzen auf klassische Industrieanleihen und Unternehmensanleihen. Die Ereignisse rund um Japan haben die Börsianer tief bewegt. Hat das auch bei Ihnen irgendwie Einfluss gehabt auf Ihre Anlageentscheidungen, beispielsweise bei Anleihen? Ja, üblicherweise schauen wir, ob wir durchgängig über die Wochen, über die Monate regelmäßig neue Anleihen beziehen können. In diesen Phasen, wenn die Aktienmärkte einfach korrigieren, das Geld aus dem Aktienmarkt entfleucht, werden wir immer steigende Kurse im Anleihenbereich kurzfristig bekommen. Das heißt, wir haben in dieser Zeit nichts unternehmen bei neuen Käufen. Vielen Dank, Herr Benz, für das Gespräch und auch viel Erfolg auf der Messe hier in Stuttgart. Dankeschön.